Ich höre auf diesen Demonstrationen auch Kritik an der Ampel. Ich höre auch Kritik an der Bundesregierung. Und ja, ich nehme das ernst. Und ich weiß auch, dass nicht alles rund läuft, dass da zu viel Streit ist, dass vieles besser werden muss. Und ich weiß, dass wir besser Politik machen müssen, Orientierung geben müssen, die Alltagssorgen der Menschen lösen müssen. Aber ich sage hier auch klipp und klar, wer meint, AfD wählen zu müssen aus Protest gegen die Regierung, der irrt. Rechtsextreme zu wählen ist niemals eine Lösung eines demokratischen Problems. Kommt zu unseren Veranstaltungen, meckert mit uns, seid frustriert, geht mit uns in den Dialog, aber wählt keine Nazis. Wir wissen wohl, dass dieses Land führt.